80 und hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest Scheiße Sieht so aus, als hättest du die Streckenbegrenzungen nicht eingehalten Wir haben gerade drei Strafsekunden erhalten Ich will erstmal ein bisschen aufholen dann mache ich wieder bestimmt überhaupt eine Scheiße Aber damit habe ich jetzt wieder nicht gerechnet dass es so scheiße anfängt Fahrer vor mir Ich nehme das Fetterbeste wieder raus Aber die ganze Zeit auf Fett möchte ich auch nicht fahren Das ist nicht gut Scheiße Die nächste Dress Ich fliege gleich raus Wenn du weiter so machst Das quittest mich ja an Reifen schon so sehr abgenutzt? Ne Flügel ist auch noch in Ordnung Fahrer vor mir Das hört sich doch gut an Und wenn du dann in die Box gehst Dann kann ich noch ein bisschen länger durchfahren Theoretisch Ich darf jetzt bloß nicht wieder die Streckenbegrenzungen befahren Nein Nein Scheiße Ja und das waren die vier Sekunden Ich aufhole Das ist scheiße Das ist scheiße Ich habe schon halb an der Überlegung Wie ich den Partner überhaupt schneide Okay Hier ist Jeff Du musst mit dem Schneiden Der Kurven aufhören Sonst verpasst ihr die Rennleitung Deine Strafe Ich will doch bloß aufholen Danach höre ich auch auf damit Ich weiß, dass ich auf die ersten nicht mal komme Bei Platzierungen Die sind hier neu in Gang erschaffen Ihr wisst ja dann schon wie ich das schneide Aber ich bin im Moment noch am übernehmen Weil das hier Wenn ich hier wirklich durchfahre Fahre ich hier eine Stunde durch Fahrer vor mir Ich habe mich jetzt schon auf die Nacht Das zu schneiden Das war zu spät Da wird sicherlich irgendwann mal einer rausfliegen Bei irgendeiner dran müssen wir dann mal gucken Wie eigentlich unser Benzinstand ist Bis 2,1 Okay Ihr könnt ja jetzt schon in die Kommentare mal schreiben Wo ihr denkt wo ich rauskomme Also ich würde mal sagen Wenn ich weiter so fahre Wer wäre, wenn ich 17. rauskomme Und das wäre für mich Eigentlich relativ gut Wagen vor mir Das ist gut Aber die hinter mir Die kommen schon Boah Das sind ja Das sind ja viele Fuck Scheiße Verwarnung Stop in Go Strafe Scheiße Verwarnungen Wiederhol das bitte Der Funk stört Ich habe gedacht Vielleicht gibt es Verwarnungen Und sowas Irgendes Fuck Das ist gut Das ist gut Fuck, jetzt habe ich richtig verloren. Jetzt noch die 5 Sekunden zur Pingo-Strafe. Ich war so gut im Rennen. Hier vorne erstmal würde ich sagen. Wir haben 3 Runden dafür Zeit, die Pingo-Strafe zu nehmen. Diese Kurve werde ich nie richtig nehmen. Das kotzt mir jetzt schon an. Los, los, los. Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen. 2,2 Runden. 31 Boxen stoppen. 1 10 4 1 5 5 Also der hat irgendein technisches Problem? Gab es. Mal sehen, wie es hier kommt. Also die klettern gucken nach was zu essen und ich kümmel irgendwie leid, weil ich jetzt nämlich noch streng getan habe, ich wollte erst mal noch schlafen müssen. Und jetzt bin ich aber mitten in eine Runde zu. Also, auf jeden Fall in 50, das ist natürlich noch eine Weile. Wie gesagt, also wir fahren über eine Stunde, wir fahren Stimme C. Für mich. Fora Formien.